Willkommen meine Lieben und willkommen zurück zum nächsten Part von Star Wars Nights of the Old Republic 2. So, wir haben ja schon eine Riesenaufgabe bestanden, als wir hierher gekommen sind. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird irgendwie immer schwerer. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir schaffen das schon irgendwie. Jetzt gehen wir mal weiter. Beziehungsweise Laserschwerter haben wir gekriegt. Wie war das? 2 bis 20, 2 bis 20. Darf ich nochmal schnell gucken? 2 bis 16. Ja, tatsächlich. Ich könnte echt das hier mit dem austauschen. Den kann ich ja keine Laserschwerter geben. Sehr schön. Weiter geht's. Okay. Das ist gar nichts gemacht. Ganze Arbeit geleistet. Ich habe Kellborn von euren Fortschritten berichtet. Er lässt ausrichten, dass der Rest eurer Einheit bereits auf dem Weg nach Itzitz ist. Keks hat versucht, Informationen zu sammeln. Keks denkt, das könnte das Grab von Frieden Nett sein. Wir wussten, dass es auf diesem Mond ist, aber wir hatten keine Ahnung, dass unser Lager direkt daneben aufgeschlagen war. Wie konntet ihr das verpassen? Wir sind nicht hier, um die Gegend zu erkunden. Wir hatten Befehl, unauffällig eine Bergungsmission durchzuführen. Diesen Befehl haben wir befolgt. Zuckas Langstreckensensoren haben nicht funktioniert. Wir haben einige Signale aus diesem Gebiet abgefangen, aber ohne Tobins Spione hätten wir es nie gefunden. Okay. Ist das alles, was ihr über dieses Grab wisst? Frieden Nett war ein dunkler Jedi. Er soll schlimmer gewesen sein als Rewan und Malak zusammen. Dieser Ort ist böse. Die Sith sind eine große Gefahr. Ich spüre die Macht dieses Ortes. Es ist, als hätte das Licht ihn vor langer Zeit verlassen. Ich fürchte, die Sith sind hier sehr stark. Ich gehe wieder nach draußen. Ich muss den Pfad bis zu unserem Lager überwachen. Okay. Jetzt müssen wir hier dran aufräumen. Oh, hier ist anscheinend einiges los. Die Zeit des Trainings ist vorbei. Ein Eindringling ist im Grab. Er darf nicht zu unserem Meister vorstoßen. Das Ritual darf nicht gestört werden. Ich muss wohl nicht betonen, was passiert, wenn wir versagen. Nun denn. Männer, folgt mir! Klasse, die kommen jetzt alle hierher. Na, klasse. Ähm, schnell speichern. So. Speichern. Yep. Yep. Gut. Rechts sind welche? Wir gehen rechts. So, einen nach dem anderen zu erledigen, geht eigentlich ganz gut. Droiden. Die sind relativ anfällig. Die sind relativ anfällig. So. Sehr schön. Defekter Droide. Kann man mit dem was anstellen? Gut. Sehr schön. Okay, Teile. Okay. Okay, okay, okay. Die dunkle Seite ist stark an diesem Ort. So etwas habe ich noch nie gespürt. Wäre die Mission nicht so wichtig, würde ich empfehlen, dieses Gebiet zu meiden. Nur deshalb sind die Sith hier. Es ist gefährlich. Okay, dunkle Ener. Du spürst, dass die dunkle Seite diesen Ort beherrscht. Eine morbide Faszination zehrt an deinen Nerven. Die Luft flirrt vor Wut. Ah, halt euch in der Macht der dunklen Seite. Alle Wut übernimmt dich. Steiger und stärker. Du spürst, wie die Ruhekraft... Langsam wird dir klar, dass du gerade eine wichtige Lektion über das Wesen der Macht gelernt hast. Du hast eine neue dunkle Machtfähigkeit erhalten. Lang... Was langsam... Langsam... Okay. Speziell noch. So. Mandalore. Braucht ihr etwas? Kannst du dir knacken? Geht nicht auf. Ah, scheiße. Die Ehre liegt bei mir. Ähm, die Sith haben an diesem alten Computer-Terminal gearbeitet. Es war wohl eine delikate Angelegenheit. Versuche, das Terminal zu reparieren. Die Sith könnten den Großteil des Terminal-Kerns reparieren. Es muss nur noch ein einziges Gleichung gelöst werden. Die letzte Gleichung fehlt. Die mathematische Operation mit den passenden Operationen wäre die Gleichung aufgestellt. Oh, Mathe, willst du mich verarschen? Die Gleichung ist so, so, so. Ich mach mal drei. Oh, Mann. Ist das dein Ernst? Ah, ich verstehe. Ähm. Und jetzt können wir nicht mehr dran, oder was? Oh. Easy. Kommt. Ich weiß, was ich machen muss. EP. Ah, das war der Droide. Ernst jetzt? Der killt hier einfach. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Weiter, weiter, weiter. Yes, Level aufstehen. Ist der feindlich da vorne? Nee. Der heilt mich, glaube ich, der Droide, oder? Ah. So. Nee, mach mal so. Okay. Verbessert das Heilen. So, ich... Aha, okay, ja. Ja, das macht gar keinen Unterschied bei denen irgendwie. Da kommen wir eh nicht ran. Ähm... Sechs Kernmodule, beschriftet von A bis F. Eines der Module ist instabil, äh, ist, muss ersetzt werden. Die SF haben in jedes Modul eine, die uns angelegt, um zu sehen, wie es funktioniert. Der Bericht des Insulimoduls ist eine, beide Berichte, die korrekte Ergungssiliefe hat. Die Berichte sind... Oh, weh. Welches Modul müssen sie ersetzen? Ähm... Ähm... Müssen sie ersetzen? Echt? Oh, hat auch nicht funktioniert. Naja, egal. Hab jetzt irgendwas gedrückt. War wahrscheinlich nicht so schlau. Okay. Wir werden es überleben. Go, go, go. Oh. Egal. Na los. Ja, das war gut. Jetzt kümmern wir uns dann noch um den... Oh, das sieht cool aus hier, finde ich. Ein leichtes. Okay. Okay, wir müssen die Tür irgendwie aufkriegen, oder? Jep. Aber wie gesagt, die Tür ist wahrscheinlich verschlossen. Den schaffen sie allein, oder? Der heilt mich einfach die ganze Zeit, der Troide ist ja so geil. Boah, bis jetzt kriegen wir es aber langsam gut hin. Ohne Scheiß. Oh, das ist ja mal wieder so ein Ding. Energie der dunklen Seite. Du spürst, dass die dunkle Seite... Langsam wird dir klar, dass du gerade eine wichtige Lektion über das Wesen der Macht gelernt hast. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alter, Leute, wir haben einen Scheiß im Inventar. Das gibt's doch alles gar nicht. Na gut. Jetzt kommt ja wieder sowas, ne? Oh. Na, dann los. Dun-dun-dun. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Oh. Sehr schön. Ist mir egal, ob die da kommen. Ey, keine Chance gegen uns. Sehen sie doch. Okay, das ist eigentlich ein recht gutes Team, die drei hier. Oh, da kommen noch mehr. Scheiße. Wer dich beleidigt, schnappt! Ja, keine Chance. Das Tor ist offen. Und was ist da rechts? Wollen wir da noch gucken gehen? Jo, gell? Gehen wir doch noch schnell gucken, wenn wir schon hier sind. Ah, ich hab keine Macht mehr. Das wird euch eine Lehre sein. Weiter geht's. Das wird euch eine Lehre sein. Dö, dö, dö. Also. Und jetzt? Da vorne noch zwei, drei Stück und dann haben wir es geschafft. Wer von unseren Meistern markiert wurde, kann es auch. Ja. Langsam habt ihr den Bogen raus. Es ist so einfach. Aber wie machen sie das? Ihr zweifelt an der Macht unserer Meister? Sie haben den Verstand dieser Bestien ausgelöscht und sie zu unseren ergebenen Dienern gemacht. Wer sollte eine Armee dieser Bestien besiegen? Niemand. Das sind zwei und nicht eine Armee. Seid ihr dumm? Ja, was für was. Der Eindringling ist hier. Bestien, greift an! Na toll, das sind zwei und nicht eine Armee. Lasst uns trainieren. Das wird euch eine Lehre sein. Lasst uns trainieren. Sehr schön gemacht. Ah, hier ist nichts mehr. Okay. Ah, wurde bereits geöffnet. Ja, ganz toll. Also gut. Mhm. Ah. Ah. Das wird euch eine Lehre sein. Weiter geht's. Oh Gott. Psst, psst, psst. Nein, der hat mein Ruhigefurt gemacht, dieser Bastard. Mann, dieser Bastard. Kann ich den nicht da runterwerfen? Nee, der reicht nicht. Komm schon. Der ist stark. Also der kann einfach gut einstecken. So. Oh, der hätte echt gut einstecken können. So, dass die mal ein bisschen Leben bekommt hier. So. Oh, da warten einige auf uns. Soll ich mal abspeichern? Besser, hä? So, speichern. Ja, so viele sind das gar nicht. Käpt'n, wir brauchen nur noch einen Moment. Wir sind fast fertig. Ein Misserfolg, Käpt'n, kann nicht geduldet werden. Wie ihr wünscht, mein Lord. Also gut. Ah. Oh, das ist ganz drin, oder? Ah, wer ist denn hier sterben? Sehr schön. Jetzt warten wir nochmal kurz. Komm schon, hochheilen. Sehr schön. Boah, ich hoffe, das reicht. Okay, das sind drei Stück. Mal schauen, wie ich die besiegen kann. Das kriegen wir hin, oder? Doch, doch, das kriegen wir hin. Schnell warten, bis ich hier... So. Haben wir noch irgendwas? Speichern noch. Gut. Ah, die wollen sich ja reden mit uns. Beendet das Ritual. Sofort. Vier Stück. Drei. Okay. Ihr seid zu spät. Wir haben getan, was getan werden musste. Bald wird Underon fallen und damit auch die Republik. Aber was ist das? Ah. Natürlich. Die Macht hat euch hierher geführt. Sie pulsiert in eurem Inneren. Aber ich spüre, dass sie... noch ungebändigt ist. Es war gut von euch, uns aufzusuchen. Die dunkle Seite ist in diesem Grab sehr stark ausgeprägt. Hier werdet ihr den ersten Schritt auf dem Weg zu eurer Bestimmung machen. Lasst uns kämpfen. Was für eine Schande. Statt Freiheit und Macht habt ihr den Tod gewählt. So soll es sein. Okay. Bitte was? Ich werde sie durch die Schlacht ehren. Ist das euer Ernst? Was war das denn? Oh mein Gott. Ist ja mal total übertrieben gewesen. Ähm. Bereit. Scheiße. Scheiße. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sieht zwar ziemlich scheiße aus, aber was soll ich machen. Oh mein Gott. Das war ja total übel eben. Nochmal speichern, dass ich volle Macht habe. So. Oder weißt du was? Ich tue hier speichern. Zurück. Nein. Ah, die Machtplätze haben noch recht viel gezockt eigentlich. Ähm. Fuck. Das war dumm gespeichert von hier. Nein. Nein! Nein, ja. Okay, 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 okay. Nein, das gibt's nicht. Ich bin hier. Komm schon. Was mache ich denn jetzt am besten? Okay, Granaten werfen. Nein, das ist... Ich kümmere mich darum. Oh. Ich weiß zwar nicht, warum ich die angreifen kann. Oh, ja, komm. Okay. Alter, warum sind die denn so stark? Oh, fuck. Huh. Oh. Aber es ist nur noch einer, sehe ich gerade. Die schafft es. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Komm schon, steh auf. Ja! Euer Ernst? Was für ein Glück ist das denn? Also, nehmen wir den mal da hinten auseinander. Oh, die hängen beide da hinten in der Ecke fest, sehe ich gerade. Komm! Nur noch einer. Ja, ist gut, komm. Los! Oh, ey, jetzt stelle ich mich so an. Und tschüss. Wir haben es geschafft. Hey, gerade abspeichern. Hey, das war aber jetzt richtig Glück, dass die da hinten in der Ecke hängen geblieben sind. Richtig Glück. Doppel-Lichtschwert, ganz geil. Zeig mal, ist das stark? Wieso? Ah, hier. Oh, 2 bis 24. Ich nehme das. Gut. Frieden, na, das kurzes Lichtschwert. Hammer. Hammer. Jo. Dann sind wir hier durch, oder? Hey, 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 hey. Ja. Mega. Oh. Was ihr getan habt, ist nicht in Worte zu fassen. Ja, ja, ich weiß. Ihr habt gekämpft wie ein Mandalorianer. Wenn ihr hier fertig seid, bringe ich euch zurück zum Lager. Dann könnt ihr den anderen sagen, was ihr entdeckt habt. Ich möchte mich noch einmal überlegen. Okay, Leute. An dieser Stelle. Hey. Super Folge. Ey, das war mega Glück, dass wir das geschafft haben, weil die sich da hinten in der Ecke versteckt haben. Aber ansonsten hat es mal Spaß gemacht, mal mit der Visa ein bisschen zu spielen. Oder Visas, keine Ahnung. Und, ähm, ja, ich hoffe, euch hat auch die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen nach oben oder so. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren streif. Ciao, Leute.